Norddeutscher Rundfunk Green de Villiers ist ein Genius. Die letzten zwei und halb Wochen bei der Skowspiel war es toll, um zu erinnern, 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 um die Erinnerungen zu erinnern, um die Aufmerksamkeit zu erinnern. Und zwar für die Wahrheit, dass er ein Genius ist, ist er noch die nächste O- und der Unternehmen auch. Und zwar war es ein Jahr um zusammen mit ihm zu arbeiten, um zu erinnern, um zu erinnern, um zu erinnern, um zu erinnern. Und seitdem die Lirik von der Halve gesagt hat, hat er nicht zu erinnern, um zu erinnern, um zu erinnern, um zu erinnern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017